Ich komme aus Art nicht, bin selber Betroffener und ich habe jetzt meine Gefühle bei dem Bauern, der da oben ist, der da still und heimlich enteignet werden soll, das geht absolut nicht. Wohl immer deine Mitleute, da haben wir ein Gewohnheitsrecht oder wie schaut es denn aus, jetzt kommen permanent Sachen auf, die wirklich nicht ganz gekostet sind. Also jetzt haben wir uns einmal gezeigt, Bauern müssen zusammenstehen. Das erste Mal waren wir 20, jetzt sind wir 50, das nächste Mal 50 Traktorendemonstranten waren sicher über 200. Ja, ich schätze auch so, ich bin selber mitgefahren, aber ich denke mir, jetzt geht es auch richtig in die Breite und die Medien sind dabei, also so gesehen, soll da einmal der Herr Landeshauptmann jetzt Farbe bekennen und da gibt es irgendwelche Geheimverträge, die, glaube ich, müssen wir an die Oberflächen bringen.